Dann habe ich gesagt, wir werden sehen, wer stark ist. Elf Jahre lang sollte ich auf diese verfickte Schule gehen und meine schulischen Pflichten ernster nehmen. Wir sind einfache Bauern. Womit sollen wir kämpfen? Mit einer Waffe, die du nicht trennen willst. Kopf von rein! Stellt euch mal vor, wir sind zum Speedboden. So, ich habe gar kein Problem damit, dich umzugehen. Ich habe im Krieg Menschen getötet. Denk nicht, wenn du das Regier nicht abbrichst, kann ich dich nicht umbringen. Nur, weil du mein Sohn bist. Ja. 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 Ja.